Das Leben von Johnny Cage war seltsamer verlaufen als jeder Science-Fiction-Film. Doch er wusste, dass die Schlussszene näher rückte. Mit Raidens Hilfe konnte Johnny zu Shang Tsongs verlassener Inselfestung segeln, wo sein Abenteuer einst begonnen hatte, um dort über seine Zukunft nachzudenken. Zwischen den Trümmern fand Johnny eine uralte Schrift. Ihr Inhalt verriet, dass Shang Tsong das Geheimnis des langen Lebens der Edenianer enträtselt hatte. Johnny Cages Ruhestand würde warten müssen.